Herzlich willkommen zu Panorama 3. Kaputte Fensterscheiben, 19 verletzte Polizisten, die Chaos-Nacht von Stuttgart wirkt nach. Die Hintergründe, warum es zu dieser Randale von Jugendlichen kam, sind noch unklar. Darüber wird debattiert. Aber all das passiert in einer Zeit, in der die Polizei sowieso im Fokus steht, seit den aktuellen Fällen von rassistischer Polizeigewalt in den USA. Das hat auch bei uns Diskussionen ausgelöst. Über Gewalt und Rassismus in der Polizei. Wie wird mit Gewaltvorwürfen bei uns umgegangen? Wir haben uns 3 Fälle näher angeschaut. Wie immer man eine Ombudsstelle nennen mag, nach diesen Bildern wird klar, dass es innerhalb oder außerhalb der Polizei eine Stelle geben muss, die solche Vorfälle anders aufarbeiten kann. Vor einem Monat haben wir über sie berichtet. Doreen Richard, Herzchirurgin aus Lübeck. Sie hatte beinahe ihren Job verloren, hat sich dann aber gegen den größten Arbeitgeber des Landes, gegen das Uniklinikum Schleswig-Holstein, gewehrt. Sie gewann vor dem Landesarbeitsgericht. Und von diesem Kampf hat sie uns erzählt. Danach gab es zahlreiche Reaktionen und vor allem auch neue Vorwürfe gegen die Herzchirurgie des UKSH. Dem sind wir nachgegangen. Und im Fall von Doreen Richard haben wir heute Morgen erfahren, dass sich die Uniklinik und die Herzchirurgin geeinigt haben über die Inhalte, wie in solchen Fällen üblich, stillschweigen. Nur so viel, das UKSH wolle zukünftig bei schwierigen Konflikten die Unterstützung durch eine externe Mediation prüfen. Milch aus der Region. Von glücklichen Kühen auf grünen Wiesen, so wird uns das in der Werbung verkauft. Aber immer wieder rütteln uns ganz andere Bilder auf. Bilder von Tierquälerei aus Stellen. Diesmal von einem Hof bei Flensburg. Milchkühe werden hier brutal geschlagen und offenbar so gehalten, dass sie krank werden. Es war ein wirklich bemerkenswertes Interview im Treppenhaus mit diesem Mann, Vladislav S., vor zwei Jahren, am Tag nach einer Razzia in seiner damaligen Wohnung. Er sagte ganz offen, dass er Nationalsozialist sei. Der 22-Jährige war damals führendes Mitglied der rechtsextremen Vereinigung Nordadler. Heute gab es nun bundesweit erneut Razzien und der Bundesinnenminister hat die Gruppierung verboten. Darüber habe ich mit unserem Kollegen Julian Feldmann heute Nachmittag gesprochen. Er recherchiert seit Jahren in der rechten Szene und hatte auch das Interview mit Vladislav S. geführt. Das war es von uns für heute. Wir machen jetzt eine kleine Sommerpause und sind dann Anfang August wieder für Sie da. Ihnen allen eine gute und vor allem gesunde Zeit. Hier geht es jetzt direkt weiter mit MR Info.